Hallo meine Freunde und somit herzlich willkommen zurück mit weiteren Folgen von The Forest. Anne ist natürlich auch wieder dabei, gemütlich, links neben mir. Und ich muss die ganze Arbeit hier machen. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir müssen unsere Base ausbauen. So, uns wurde gesagt, hier kann man eine Tür reinknallen. Die Frage ist nur... Hier wird nichts angezeigt. Also, ich erkenne nichts. Also, man kann die verstärken, ja. Aber... Keine Tür. Keine Tür. Also, klar, wir können es abreißen, ne? Mal gucken. Ich... So, das ist jetzt ein Gate. So, warte mal. Ich prüfe mal was. Ich prüfe mal was. Ob es hier vielleicht... Ach, guck mal hier. Äh, ist nicht das, was ich unbedingt haben möchte. Hier muss es doch irgendwie etwas Größeres geben. Ne. Okay, warte. Wir machen das so. Na komm, dreh dich. So. Zack. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Yay. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind denn hier die Scheißwände wieder. Ah. Come on. Hm. Oh, dieses Hin- und Herblättern, ey. Das macht mich verrückt. So, da haben wir es. Also, auf jeden Fall funktioniert es nicht. Das ist schon ein bisschen doof. Ja, aber... Mein Gott. Guck mal, jetzt haben wir hier... Guck mal hier. Die übelste... ...tür. Oh Gott, es ist nicht schlecht platziert. Ich mach das nochmal weg. Oh Gott, nochmal. Das Problem ist, mit dieser Tür kommen wir ja nicht in unser... ...mit unserem Wagen rein, ne? Ne, leider nicht. Müssen wir halt immer davor anhalten, so ungefähr. Mal gucken. Ja, komm. Komm, das reicht. Na, das sieht scheiße aus. Fuck. So, mal gucken. So. Das sollte ausreiten. Ja, guck mal hier. Grandios sag ich nur dazu. Oh, schief. Na. Ja, dann machst du besser. Das bleibt alles so, wie es ist. So, dann lass uns mal wieder... Ja, wie gesagt, hier unsere... ...Sprungchanze hier. Falls wir angegriffen werden, können wir wenigstens hier rüberspringen. Jupp, ich komm mit. Auf geht's. Oh. Oh. Na. Boah. Anstrengend. Wie kann man sich hier nochmal... Achso, kann man sich docken. Na. Ich bemerke... Ich hab Hunger. Äh, wir machen das mal so. Du... ...fällst hier Sachen und ich versuche mal hier irgendwie Fleisch ranzukriegen. Oh, es wird langsam knapp. Oh, die Dinger hier müssen weg. Komm. Oh Gott, man hat schon lange nicht mehr trainiert. Keine Ausdauer mehr. What the fuck? Hallo? Das war jetzt, glaube ich, schon das zwanzigste Mal, dass ich drauf schlug. Aber irgendwie passiert hier nichts. Oh ja, jetzt. Boah. Zwanzig Jahre später. Und es passiert noch immer nichts. Ah, hallo, my friends. Wie geht's denn? Lange nicht mehr gesehen. Oh, drei Stück von euch sogar. Jupp. Das hab ich gehört. So, wie geht's euch? Also, wollen wir nicht mal Frieden? Hallo. Komm, lass mal Frieden schließen. Gebt mir eure Frau und alles ist gut. Nein? Okay, wollen sie nicht, Anne. Die wollen wir nicht deren Frau geben. Aber... Ey, 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 da laufen sie mir echt hinterher. Hallo? Nicht hier. Guck mal, wir sterben, mein Freund. Ja, tut mir leid. Zack. Kopf ab. Oh, hallo. Nichts. Oh, das war knapp. Das war knapp. Kann ich die nicht betäuben und mitnehmen? Das wär mal was. So, so eine richtige Entführung hier. So, der bleibt mal da liegen. Okay, da hinten ist jemand wieder mit einer Fackel. Also, wir können Menschenfleisch verzehren, wenn du das möchtest. Aber ich glaub, da werden wir krank, oder? Äh, ich glaub schon. Ja, verdammt. Ah, okay, sie kommen eh hinterher. Ach stimmt, am Strand sind das Schildkröten. Ey, 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 ey. Ja, bei dir, hier sind auch Fächer. Jo, moi. Ich hau mal ab. Warte mal, hier kommen noch... Ich seh nix. Ist es so dunkel bei dir? Ja. Uh, ha. Na los, komm, das schaffen wir. Boah, selbst mit einer Leiche kommen wir hier rüber. Krass. Yep. Burn, Baby, burn. So, ich brauch Fleisch. Ich hab Hunger. Du sicherlich auch, oder? Mhm. Also, die kleine Achse ist definitiv stärker. Hm. Das hätt ich so feststellen können. Aber die große ist, denke ich, mal besser zum Fällen. Alter, wo... Wo sind denn die ganzen Tiere hin? Na komm. Und falls ihr andere Tipps habt, von wegen ein Gate bauen oder so, das geht auf jeden Fall nicht, so wie wir das gerade ausprobiert haben. Ansonsten, falls ihr noch eine andere Möglichkeit habt, gebt uns Bescheid. So, kurz mal waschen. So, oh Gott, ich seh gar nicht mehr. So, ich sollte wieder clean sein. Was? Wo? Oh Gott. Ich seh schon, du stirbst wieder. Nö. Das heißt, ich kann die Krüche allein lassen? Ja. Okay, sehr schön. Wir müssen immer noch jagen. Ah, es wird hey, sehr schön. Gott sei Dank. Ja. Oh ja. Oh, bei mir ist auch jemand... Oh. Oh, 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 oh. Aber ein bisschen zackig hier. Eie, eie. Alter, war der schnell. Oder die. Das sind ja zwei. Nee, nee, komm. Das tut mir leid für euch. Entschuldigung. Ja. So, hier war doch gerade ein Hase und eine Echse. Oh ja, komm. Wie die auch immer knurren. So, und das Spiel gibt es ja jetzt auch auf PS4, richtig? Mhm. Boah, hat doch lange genug gedauert. Ja, Freunde, falls ihr das Spiel schon immer mal spielen wolltet und ihr leider nur eine PS4 besitzt, es ist jetzt draußen. So, have fun. Oh, ich krieg den Hasen nicht. Ja, ich glaub, wir müssen verhungern. Bambi, Bambi wäre jetzt nice. Die ist auch nicht... Hasenfalle. Ach stimmt, eine Hasenfalle müssen wir ja noch machen. Oh. Ah, ich hab eine Echse gefunden, aber sie haut ab. Wo ist sie denn jetzt hin? Ich und Jagen, ey. Niemals. Warte mal, ich hab einen Bogen. Warum schieß ich den damit nicht drauf? Oh, Mann, ich mach hier Sachen. Oh, Fledermäuse. Ja, das sind die Schade, dass man die Fledermäuse nicht fressen kann. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Äh, so, Snack. Feuerzeug kann weg. Okay, macht er irgendwie nicht. So. So. So, ich probier jetzt den Bogen aus. Muss sein. Na komm, wo seid ihr denn? Tiere, wo seid ihr denn? Ach, da ist, da ist ein Hase. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich weiß gar nicht, wo ich anhalten muss. Oh, ich hab den Hasen... Ich hab ihn voll erwischt. Alter, krass. Und... Kann ich... Okay, ich kann nur einen Pfeil aufsammeln. Ah, krass. Mach dir keine Sorgen. Für Fleisch ist jetzt gesorgt. Ich weiß jetzt, wie man damit umgehen muss. So, aber zuerst muss der hier leiden. Komm mal her. Ja, komm, lauf mir nicht weg. Das war auf jeden Fall mal ein DJ hier mit seinen CDs da um seiner Brust. Na los, komm, stirb. Ja, danke. So, Fleisch. Oh, da ist Nase. Oh, Essrand, Essrand. Bitte bleib stehen. Bam. Also eigentlich musst du genau so anhalten, sodass du mit der Spitze direkt auf das Tier bist. Dann kriegst du es locker. Also man kann gar nicht verfehlen. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Man trifft immer. Okay. Oh, da hat noch ein Hasen. Oh, sogar zwei. Ne. Ach, das sind... Ach, Eichhörnchen. Oh. Hört auf, euch zu bewegen. Hört auf, euch zu bewegen. Danke. Na, come on. Ja, Volltreffer. Alter, ich bin der geborene Jäger. Drei Eichhörnchen. Weißt du eigentlich, dass wir hier noch Fleisch hängen haben? Äh, ja, selbstverständlich. Scheiße, ehrlich? Ja. Ach, verdammt. Ja, meine Freundin, natürlich wusste ich davon. Ich habe natürlich jetzt nur so getan, damit ich euch meine Jagdkünste zeigen kann. Ach, Mann, scheiße. Gammelt das auch nicht weg? Ich gucke gerade. Nö. Nice. Sehr schön. So, Rabe, bleib mal bitte da, wo du jetzt bist. Zack. Wo? Hä? Wie? In der Luft. Komm. In der Luft muss ich ihn kriegen. Ja, zack. Aus der Luft erschossen. Alter, das ist krass. Wieso kann ich den denn nicht mitnehmen? Äh, warte mal. Hallo. Hä, wieso kann ich... Ich kann den Raben nicht aufheben. Vogelstipp. Ich brauche Federn. Du auch. Stipp. Jupp. Ach, da sind sie ja schon wieder. Da sind sie ja wieder, meine Freunde. Hey. Guck mal, ich habe einen Vogel für euch. Alter, der hat sogar zwei Frauen. Hossa. Der ist aber mutig. So, ich komme zurück. Mit ein bisschen Fleisch. Ach, siehste. Das sehe ich jetzt, dass wir benötigen wieder Rüstung. Das nächste Mal dürfen wir auf jeden Fall nicht sterben. Äh, okay. Ich muss mich ja auch wieder... Ah, hallo. Da läuft sie ja schon wieder. Oh, die läuft sogar zu dir. Echt? Hm. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich logge sie an, sodass sie in die Falle läuft, die wir ja aufgestellt haben. Stimmt. Wie kann ich pfeifen? Ey. Ja, wie sie geht, wie eine normale Frau. Wo hast du denn das gelernt? Ja, komm mal her. Komm mal her. Oh Gott. Oh Gott. Sie ist verrückt geworden. Sie ist verrückt geworden. Ich sehe es. Sie hat sich gerade normal bewegt und dann hielt sie sich am Kopf und hat rumgeschrien. Mach ja auch immer wieder. Hallo. Ey, 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 ey. Hallo. Nicht so schnell. So leicht bin ich nun doch nicht zu kriegen. Ach, sie will nicht. Das weiß sie ja nicht. Ja, sie versucht es wieder. Oh, jetzt hat sie mich aber von hinten genommen. Meine Fresse. Na, komm ran. Komm mal hier, bitte in die Falle, in die Falle. Die Falle. Bitte, bitte, bitte. Mal gucken, ob wir es schaffen, Leute. Ja, komm, 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 komm. Oh, ja. Ha. Ich habe es gefangen. Ich allein. Oh, die bleibt da hängen. Die bleibt da hängen. Definitiv. Da kommt schon ihr Freund. Oh. Ich glaube, der ist davon nicht so toll. Nö. Oh, da ist sogar ein großer Macker wieder. Oh, ein Satz mit X. Das war wohl nichts. Ich heb dich mal auf. Komm mal mit. So. Ich würde sagen, du gehörst jetzt mir. Dein Freund habe ich jetzt getötet. Ich habe dich erobert. Ich glaube, so läuft das doch bei denen ab, oder nicht? So. Knochen haben wir auf wieder. Nee, kein Schädel. So, mal gucken. Nein, 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 nein. So, zack. Zack. Wieder das nächste. Und zack, zack. Ja, ich sehe wieder bombastisch aus. Nice. So, mal gucken. Ich hau mir jetzt mal die Echse hier rein. Hä? Was macht das? Die ist ja immer noch roh. Hallo? Ich habe jetzt mal zwei. Ach so, warte mal. Kann ich das jetzt? Das walkie-talkie an. Oh. Hallo, Anne. Scheiße. Stimmt ja. Ich hau mal kurz ein bisschen Fleisch rein. Ich habe schon voll. Äh, hallo. Danke. So, ich hau mir mal die Echse gleich rein. Lass ihn brennen. Lass ihn brennen. Doch, schmeiß rein da. Ich habe Hunger. Ah, lecker. Lecker Schenkel. Oh. Durstig bin ich auch. Ja, wir haben noch hier unsere Dinge. Ach, sehr schön. Hat es denn eigentlich schon geregnet? Ich hoffe es. Ja, ja, das ist alles voll. Oh, nice. Da ist wirklich was da drin. Krass. Die Dinger sind voll. Nice. Jetzt können wir wieder weiter loslegen. So, lebt sie da noch? Sie ist so ruhig. Ey, aufwachen. Sehr schön. Sie lebt noch. Geil. So. Mal gucken, was haben wir denn noch so? Was können wir denn hier noch so platzieren? Oh, genau. Das SOS-Zeichen mache ich mal. Direkt am Strand. So, wie man das normalerweise aus den ganzen Filmen kennt. So, SOS. Ja, guck mal hier. Schleul, wusstest du, dass der Kassettenspieler deine Energie wiederherstellt? Wie geht das denn? Einfach Kassette rein und anhören. Nein. Echt jetzt? Doch, ja, steht hier. Stellt Energie wieder her. Okay, das... Das muss ich jetzt... Das muss ich jetzt mal angucken. Zack. Hallo. Tatsächlich. Das heißt, einfach nur ein Tape anhören, oder was? Ja. Okay. Boah, jetzt gibt es wieder Party hier. Los, komm, Schickritte. Tanze mit mir. Oh, warte, wo ist sie? Es regnet, es regnet. Wir tanzen hier. Wir gehen hier richtig ab. Okay, bei mir macht es nichts. Schade. Oder muss ich das gesamte Tape anhören? Nö. Okay. Wenn du volle Energie hast, hast du ja gerade volle Energie, ne? Man kann ja nicht noch mehr zugehen. Ein bisschen fehlt. Also, so zwei Millimeter. So, komm. Boah, hoffentlich sind wir in dieser Folge wieder so Mutanten. Ja, meine Mutantenrüstung ist kaputt. Ja, meine leider auch. Wie die wohl komplett aussieht? Oho. Bestimmt richtig nice. So, komm. Boah, das SOS-Zeichen dauert ein bisschen. So, 16 von 34. Fast geschafft. So, du hackst ja weiter in Holz. Sehr schön. Dann sollten wir ja auch schon... Ja, okay. Fast fertig sein. Da sind auch wieder welche. Zack. Zack. Oh, schon wieder zu viel. Aber ich denke mal, das ist die perfekte Position, die wir hier haben. Ja. So. Noch neun Stück. Dann war's das. So, da ist was. Perfektes Bild. Wie sie da auch hängt. Oh, ich hab... Achso, das Bild haben wir doch schon längst gefunden. Hä? Ist ja komisch. Na, können wir das vielleicht so mitnehmen? Ja, komm mal hier. Ach, das ist leider der Falsche. So, noch vier Stück. Dann ist das Zeichen fertig. Sehr schön. So, Freunde. Jetzt kann uns definitiv ein Flugzeug-Helikopter sehen. So, unfassbar groß, wie das hier auch sein mag. Ach, Mann. So. Fräulein, ich geh jetzt mal, äh... Weiter... Bäume fällen. Mit Anne. Bis gleich. So, ich bin wieder der Haar. Mann, das dauert aber... Boah. Holy shit. Das war knapp. Das war knapp bemessen. Was denn? Äh, das Ding ist fast auf mich draufgefallen. Ja, ja. Wolltest du mich wieder heimlich töten? Sehe ich schon kommen. Äh, ach, da steht der Wahn. So, die große Axt. Ja. Ja. Und fertig. Auf, vorsichtig. Hallo. Du Scheißteil, geh kaputt. Äh, ja, ich weiß nicht. Eins davon geht definitiv nicht kaputt. Ich weiß nicht, warum. Ah, ging. Ehrlich? Ja. Aber ich... Aber hier, die ist perfekt, die Axt hier. Perfekt zum Fällen. Nein, Richtung Anne. Oh, fuck. Ich hab schon... Hab ich Schaden abbekommen? Nee. So, mal gucken, was das jetzt... Ist voll. So. Ah. So, auf geht's. Boah. Was war das denn? Ich hab grad gesehen. Das war Absicht. Also, die tut sich da echt gut beim Hängen, ne? Ja. Ja, und hält auch sehr, sehr gut durch. Ich muss sie halt nur noch erziehen, ne? Aber es geht halt nicht so schnell. So, und wir können wieder nach oben. Noch, äh, acht Stück. Ey, du hast ne geile Maske auf. Echt? Du hast ne Totenkopfmaske auf. Yay. Nice. Ich hab das ein. Guck mal, Anne freundet sich grad an. Das ist faszinierend, wie detailreich das ist. Ja. Das auf jeden Fall. Dann hättest du mal den Mutanten richtig betrachten müssen, als er noch nicht brannte. Da hast du echt alles gesehen. Ich weiß, ich hab das Video gesehen. Oh, war das lustig. Falsche Richtung. Nein. Nein. Ach, Mann. Und ich dachte, das Farm bei Ark wäre schon scheiße. Oh. Oh, Mann. Das hat man hier auch ruhig reinpacken können. Hat eigentlich ausgereicht. So, geht down. Oh, ich hab mehr Energie mehr. Ist doch grad irgendwie richtig ruhig, ne? Ja. Ich sag, die kommen nachts wieder. Ja, sowieso. Baum fällt. Sehr schön. Wieder in deine Richtung. Hm. Hm. Grad gesehen. Knapp am Baum vorbei. Zum Glück, dass ich genau dahinter stand. Nein. Ja, los, los, los. Ach, schade. Ich dachte, ich krieg dich jetzt. Hm. Okay. Und wieder zurück. Rückwärts. So, ich glaub, ja, hier sind wir richtig. Ja. So, wo ist es? So. So. Ich glaub, einer noch und der war's. Fertig. Oh, da fehlt noch einer. Zack. Ja, sehr schön. Ja, das sieht doch mal geil aus. Ja, nice. Äh, was mir grad auffällt, wir können die Tür gar nicht abschießen. Oha, da muss jetzt was Besseres her. So. Ja, komm, noch mal richtig hinstellen hier. Komm, wir packen was auch hin. So, noch ein. Zack. Und? Na, komm, dreh die richtig hin. Ja, sehr schön. Warte mal, wo fängt das denn an? Da. Ah, komm, das wird ausreichen. Muss ja nicht schick aussehen. So. Warum hab ich die Option eigentlich nicht mit den, äh, Ja. Ding, was du letztens hattest mit den, ähm, Totens. Okay, ähm, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr weit hinten. Ja, ich weiß, da ist bei mir nix. Ehrlich? Mhm. Das ist ja komisch. Ja, ansonsten kann ich das ja, oh, stirbt. Sehr schön, danke. Ähm, kann ich das ja hinstellen und dann können wir das ja erstellen. Äh, du weißt ja, wie das geht, oder? Also, dass wir halt Körperteile von den Dingern zwischen, ja, einfach nur abhacken müssen und dann geht's los. Ja. Ich denk mal, das Größte machen wir hier in, im Lager, oder bringt das eher was, wenn das nur außerhalb ist? Ich weiß nicht. Komm, ich pfeffer das hier einfach mal, direkt einfach mal hier hin. Zack. So, es steht. So, direkt vorm Eingang machen wir so ein Ding hin. Ha, ich kann so ein Ding da jetzt platzieren, aber wo ist vorn, wo ist hinten? Hä, ich möchte ja auch, dass der Kopf in unsere Richtung guckt. Ach komm, scheiß drauf. So. So, zack. Ah, zwei Steine wieder. Komm, das Ding müssen wir fertig beknallen. So, ich hab hier irgendwie einen Kopf, hoffe ich mal. Nein, natürlich fehlt mir den Kopf. Scheiße. Ich hab davon gar nichts. Okay. So, schon mal ein bisschen fertiggestellt hier. Es wird schon wieder dunkel, ey. Boah. Hm. So, ich geh mal... Ach nee, warte mal. Ach doch, brauchen wir doch noch. So, und hoch. So. Ich fähre mal wieder ein paar Bäume. Mach das. Ach, hier liegen ja noch so viele. Hm. Hier sind auch noch zwei. Sehr schön. Äh, da. Auch nochmal zwei. Ei, ei, ei. Oh, da ist wieder was. Aber ich wüsste, was man hier sonst noch so einbauen kann. Fliegende Mutanten. Oh, da sind welche. Wir haben arme Köpfe, alles. Äh, entschuldigen Sie. Dürfte ich bitte mein Feuerzeug anmachen? Danke. Und andere Axt nehmen. Denn das Ding ist zu schwach. Komm mal ran. Oh. Oh, ach, das ist ein großer. Das ist ein großer wie der. Stürp. Gibt der noch? Ne. So, mit. Jetzt hacken wir den einfach mal ab. Ähm, ich brauche auf jeden Fall meinen Kopf. So. Kopf. Ab. Na komm. Ja, sehr schön. Hallo. Ey, sehe ich jetzt schon, dass er durch ist? Sag ich doch. So. Das erste Totem ist fertiggestellt. Hä? Hallo? Hä? Ohne Witz jetzt? Ich will einen Kopf aufspießen. Wie geht denn das? Ach so. Warte mal. Muss ich den vielleicht nehmen? Ah, jetzt tatsächlich. Ah. Oh, geil. Oh, sieht das geil aus. Holy shit. Okay, warum nicht? Geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Alter, hier. Zwei Arme, zwei Beine. Oh, krass. Ja, das finde ich super. Ja. Das Spiel gefällt mir. So, vielleicht haben wir noch einen. So, das muss weg. Das stirbt. So, die große Axt wieder. Ja. Zack. So, kommt die Richtung. Gott, ich dachte gerade, du lässt hier einen Baum fallen, aber das war der Wind. Warum war der denn gerade so laut? So. Noch ein paar. Ah, ist schon wieder so laut. Komm, stirb. Oh, jetzt. Der große hier muss dran glauben. Was ist denn das? Oh.